Willkommen zurück zu No Man's Sky Wir müssen den Wächter aus dem Posten uns holen Hier habe ich wieder dieses komische Zeug, was ein Fragezeichen hat Aua, das ist eine schlechte Idee gewesen das Zeug zu holen, wusste ich nicht das Zeug Machst du wieder Blödsinn? Ja Das sind irgendwelche komischen Sachen mit Fragezeichen gewesen Sind die Sachen was wert? Ich hoffe ja 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 Was ist das? Ist das nicht eigentlich auch voll der Cheat? Was denn? Hä, wie? Ich bin entdeckt worden. Was ist das? Wie wollen die mich entdecken? Lüge, die haben mich nicht entdeckt. Ähm. Was machen die da? Anscheinend nix geschehenz. Hä? Was machst du schon wieder? Ich probiere die Wächter abzuhängen, aber irgendwie packt der Zeitraff... ...packt das ein bisschen rum gerade. Was heißt ein bisschen? So... Die 29 läuft runter und dann fängt es auf einmal wieder von 9 an. Hm. Ja, das schaut gut aus. Perfekt-Wächter-Einheit deaktiviert. Perfekt. Ich hoffe, ich habe genug Volkid einstecken. Ich hoffe, ich habe genugiert. Ja, ich hoffe, ich habe genug Zeitraffend. Ähm, hast du Deuterium? Deuterium? Ähm, im Metau auf jeden Fall nicht. Warum? Bräuchte ein bisschen was davon. Deuterium. Das ist... Das ist Deuterium. Ähm... Schaut ganz, ganz miserabel aus. Fürchte ich auch. Für was brauchen wir Deuterium? Meine Waffe. Oh, ich brauche Deuterium, um mein Raumschiff zu reparieren. Ein Cardimon. Ein Kabelbäume. Cadmium. Cadmium, Deuterium und Kabelbäume bräuchte ich. Drei Solarspiegel sollten... Hoffentlich nicht... Chrommetalle... Und Gold. Ich brauche eindeutig ein besseres Raumschiff irgendwann. Meilenstein erreicht. Plötzlich Aliens getroffen. Hey, es wird langsam, ich komme näher. 120 Juhu. Ich hoffe, wir wollen nie was auf diesem Planeten bauen, sonst wird es lustig. Ich brauche dich. Ähm... Zuerst mal ne Menge Gold, wie viel Gold hättest du theoretisch? Ich kann's dir nicht sagen, weil mein Gold im Auto ist und ich nicht bei meinem Auto bin. Ah. Na, da muss man halt ein paar Asteroiden abgrasen. Ich hab im Inventar momentan 900 Gold. Woher hast du 900 Gold? Wie weit hab ich mich runter gebaut? Oh, es ist ein Sturm draußen, ich glaub ich warte mal lieber noch. Okay. Okay. So, ich hab's mir in den Händen. Okay. 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 Aua, aua, aua. Ihr macht Schaden, ihr macht Schaden. Kann ich das Zeug schon bauen? Nein, oder? Doch. Mist. Okay, sehr interessant. Ich kann mir auf jeden Fall sehr viele Units holen demnächst. Ist der Sturm da draußen auch mal zu Ende, bitte? Ich will rausgehen. Perfekt, danke. Also, ich habe das Söthe. Huh? Sure. Ich will rausgehen? Hmm. Oh! сыграть! Eure Meilensteine stören, Friede zerstöre Piraten. Das ist schon ein Schöpfer. Was ist das denn? als optimiert es einfach 370 Gold Geschenke dafür, dass ich's ins Schiff gerettet habe Passiert? Aua Aua Nein, ich bin gleich tot. Wieso bin ich gleich tot? Nein, das war nicht geplant Was treibst du schon, oder? Naja, die Wächtersäule Ich bin tot Sind die beim letzten Mal abgestürzt, als einer gestorben ist? Irgendwas war da. Mal schauen Das hat funktioniert Die Aufgabe, oder? Nein, aber... Da sterben mal Bist du im Nirgendwo? Ich? Nö Ich flieg grad zu deinem Aufenthaltsort, das ist einfach mitten im Nirgendwo Okay Okay Ja, dein Wegpunkt ist einfach hier im Nirgendwo Aber dein Wegpunkt ist einfach hier im Nirgendwo Warum auch immer Ich weiß nur, ich müssten in anderen Galaxies sein eigentlich, wie du Es wird trotzdem in meiner angezeigt Deswegen... Komisch Wo ist denn die Wächtersäule? Wo ist denn die Wächtersäule? O papa ich hoffe ich sterbe jetzt nicht auch noch mit meinem Schiff, das war sehr peinlich so Hallo? Ihr ist doch landend, dachte ich. Keine Erlaubnis zum Bearbeiten. Ich darf in dieser Base nicht bauen. Okay. Oh nein. So darf ich nicht aus dem Raumschiff raus, wenn ich Abfangjäger habe in der Nähe. Das verstehe ich nicht. Ich durfte immer raus. Ja, mich lässt er nicht. Zu schnell, zu hoch. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich will jetzt landen hier auf dem Planeten. Alter, nerv mich nicht, du scheiß Raumschiff. Das Leichtpenetrant, weißt du das? Traumschiff übertreiben, aber derbe hat gefickt. Ja, willkommen. Nämlich Deuterium, oder? Ja, Deuterium Ernte es von einigen Topfpflanzen in Raumstationen oder aus Tiefwafferstoffgel und Tretium. Da verbrauche ich eine Raffinerie. Also die Viecher sind echt dankbar. Ich hab mich fix gerade eben diese Mission einfach nur derbe. Das Abschalten. Ja, aber ich krieg mein Raumschiff nicht mehr gelandet. Ich kann nicht mehr auf diesen scheiß Planeten landen. Ich will aus diesem scheiß Raumschiff... Nein, ich will landen! Ich bin doch gleich tot, was will ich denn machen? Ich kann meine Schilder nicht auffüllen, ich hab kein Natrium. Wieso? Und landen lässt du mich nicht, wieso lässt du... Alter, das Spiel, du Nerds gerade dezent. Wieso lässt du mich nicht landen, wenn ich scheiß Jäger da hab am Hals? Wieso? 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 Wieso komisch? Wieso? Bity-Kick! Wieso mo spiritually faced chups! Warum meine Splatteristice? Nein, oder? Spiel, nein... Das hast du... Nein, tatsächlich, das ist passiert! Ich drehe hoch. was ist jetzt passiert ich habe meinen kompletten item sowohl von meinen raumschiff als auch von meinem inventar verloren warum das denn ja weil ich gestorben bin warum verlierst du dann alles an die wahl der job doch wieder irgendeine kiste die man aufheben kann ja die ist aber jetzt auf einem anderen planeten wie hier auf einem anderen planeten also ist auf einem anderen planeten gelandet alter mein komplettes raumschiff ist kaputt einfach es ist nicht mehr feierlich du hast schon diesen laser gold mit dem du deine schilder aufladen kannst ich habe gar nichts mehr alles kaputt ich meine davor geholt als ich die gesunde ein wenn du es damit richtig einschließt bist du eigentlich nicht mehr zerstörbar außer sind zu viele naja ich hatte gerade eben sechs jäger im hals das sind die finale phase oder das ist die finale phase oder sechs jäger und ich habe keine ahnung ich wollte die ganze zeit land ich wollte eigentlich gar nicht durch diesen scheiß jägern benutzt du normalerweise kommt immer eine meldung warum man richtig landen lässt gar nichts kam das ist die ganze zeitigern So, mein Raumschiff-Inventar habe ich wieder. Immerhin. Jetzt muss ich schauen, wo mein normales Inventar ist. So, mein Raumschiff-Inventar habe ich wieder. Ein stabiles Plasma. Ich brauche eine Metallplatte und noch ein bisschen mehr Sauerstoff. Ich bin nur kurz auf der Toilette. Alles gut. Ich bin nur kurz auf der Toilette oder noch mehr Sauerstoff. Okay. Okay. Oh, ich habe ein Loch gefunden. Okay, gut zu wissen. Das ist nur noch mein Grab. Ah. Okay. 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 Oh, okay. Okay. Ähm. Ich immer auf das Fudge-Item draufdrück. Okay. 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 Ich habe dauernd so einen scheiß Sturm hier auf. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich muss Kabebonne, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Phosphor Phosphor Okay, habe ich nicht Okay, habe ich nicht Okay, habe ich nicht Okay, habe ich nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt müssen wir kurz den da zerstören, dass wir ein bisschen mehr Ruhe haben Perfekt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok Naja Ich glaube, wer ist das Ding? Da ist die Reparatur-Drohne Das ist mein Hauptziel zuerst mal Die Reparatur-Drohne kaputt Kann man sich unsere Wächter einhalten Ok Sob Also so ist viel angenehmer als auf dem offenen Feld zu kämpfen, eindeutig Bedeutig Eieieieieiei Was? Wenn die Mama mitbekommen, dass man kurz eine Spiel-Unterreichung macht, wenn man auf Toilette geht, kriegt man direkt wieder Aufgabe um die Ohren gehauen Na dann Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin hier mitten am Kämpfen immer noch Hast du denn eine Sack mittlerweile bekommen? Nö Nö, ich finde die nicht Momentan Aua Ah, der macht gut der Match, der Sack Ja, perfekt Jetzt habe ich dich doch, oder? Habe ich es geschafft dich einzufangen? Ich hoffe ja Ja Yes Keinen normalen Kohlenstoff Verlosen verdichteten Kohlenstoff Ok Sehr interessant auf jeden Fall Sob Was hast du da? Sob Wo seid denn ihr? Ich sehe euch nicht mehr Da bist du doch Was soll ich denn ein Kabelbomben holen? Ey, die Dinger sind teuer Na, ich habe das Problem andauernd, dass ich hier Dinger bekomme Die ganze Zeit taucht dir so ein Scheiß Sturm auf Das nervt langsam Ich spüle dir was sagen Ne, ich komme nicht Bald habe ich keine Munition mehr Das wird lustig werden Das heißt, damit auf die alte klassische Art und Weise kämpfen Ein Zeichen, das den Träger Unterstützung der Behörden des Systems im Kampf gegen Piratenschiffe gewährt? Was? Das ist ziemlich cool eigentlich Verkauf an Handel zumindest für 10.000 Oh Ah, das ist ganz 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 schlecht Das ist ganz ganz schlecht gerade, was hier abgeht Ich hoffe, ich habe noch genug Zeug, um mir das Zeug zu holen, was ich jetzt brauche Hoffe ich für dich auch Die Graffinerie hast du nicht, oder? Was habe ich? Die Raffinerie Welche? Die verbesserte Ich habe die mittlere Ah ok Zur Not muss ich dann halt das ganze mit dir craften Oh ne Sag mir nicht, wir haben hier eine Scheiß-Heiler-Drohne im Weg Die macht das ganze jetzt ein bisschen schwieriger Wo ist die kleine Heiler-Drohne? Wo ist die kleine Heiler-Drohne? Oder täuscht das Würste-Gehalt? Ah, Würste-Gehalt Ich hasse dich, ich weiss du das, Saftsack Ich habe nicht genug geborgene Daten Für was? Für die mittlere Raffinerie Für die mittlere Raffinerie Auch, das ist nicht gut Ach, ich habe null von den Dingern, auch gut Weg mit dir, ich brauche mein Schild jetzt erstmal Äh, jetzt sind die ganzen Sachen kaputt Geil Wieso geht das alles kaputt? Das ist leicht nervig, langsam Ähm Aua Ich sehe nicht, bei was uns drauf an war, habe ich schon wieder ein riesen Damage bekommen Wovon? 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 Alter, ich bin gleich wieder tot, wenn es weiter so geht Oh, jetzt Jetzt Aua Weißt du, was du dezent nervig bist, Scheiß? Hä? Puh Alter, geil, der Hund klitscht sich durch die Erde Jetzt packe ich ja langsam gar nicht mehr. Oh, den mach ich... Der nervt mich gerade eben dezent, der scheiß Köter. Da ist sie! Hör auf, dich durch die Gegner zu backen, du Scheiße. Ey, das macht kein Puck mehr, Spiel. Lass doch die... Wieso backen die Gegner hier hin und her ohne Ende? Weil ich das Spiel mag. Ja, und ich gleich wieder tot bin, deswegen. Ich hab keine Munition mehr, ich hab nix mehr zum Munitionskraften. Ich hab 113 Munition noch. Außer ich krieg hier aus... Ja gut, ich hab Ferrit bekommen. Das ist gut so. Okay, das ist schon mal ein bisschen angenehmer. Aber meine scheiß Schilde und das alles ist kaputt. Ich bräuchte überall Ion-Akkus und Kabelbäume. Das ist ein guter Boy in there. Das ist ein guter Boy in there. So, du riesen Roboter, du gehst jetzt erstmal weg. Du gehst jetzt erstmal wieder so ne nervige Rieseneinheit. Wo ich froh bin, wenn die weg ist. Gut. Aua. Ja, du fuckst mich am meisten ab, du scheiß Köter. Du ziehst mir auch die ganze Zeit mein Schild ab. Ey. Kreatureneier. Hallo? Ich hab'n scheiß Schild dran. Wo bist du jetzt hin? Ah, ich... Ich hab'n scheiß Schild dran. Okay. Ich hab'n scheiß Schild dran. Und ich hab'n scheiß Schild dran. Oh, nein. Und man kann Aufgaben auch in Gruppen annehmen Okay Ey Die ganze Heben hier, ich gebe ihm was zu fressen und klaue mir die Eier Ja, ich bin hier noch dezenter überfordert Ich habe hier so einen nervigen Drohnenroboterhund, der sich hier durch die Gegend buggt irgendwie Auf allem aus dem Nichts mich wegschubt Drohnenroboterhund? Ja, von den Wächtern, die haben auch so Hunde Wie Hunde? Ja, so vierbeinige Dinger Aber der buggt halt bei mir komplett durch die Gegend Okay Der kann nicht anspringen und dann ist dein halbes Schild einfach weg Aua Ja, das kannst du laut sagen Aua Und dann hat er stattdessen halt so einen normalen Schuss und macht der so einen Laserschuss Aua, jetzt ist fast mein ganzes Schild wieder weg Aua, weg Endlich ist der scheiß Typ tot Der hat mich am meisten gerade eben belästigt Aua, schon wieder ein Hitzesturm, ich dreh noch wohl Das Tier fühlt sich voll Perfekt, erwischt Das ist wieder ein bisschen in mein Loch verkriechen Oh 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 Okay. Wichtigste sind erstmal die Reparatur-Tronen zu besiegen. Wichtigste sind. Ah okay, das ist auch sehr interessant. Komm her, komm her Reparatur-Tronen. Ich hab dich satt, ich hab dich satt. Ich hasse Reparatur-Tronen. Chris, kennst du noch diesen schönen riesen Roboter, den wir mal hatten, da? Ja. Ja, so einen hab ich gerade eben wieder. Ja. 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 Eine gepanzerte Muschel Ich schaffe zwei Salben draufzuschießen, bis seine Schüsse kommen Okay Ah, müsste ein bisschen was einkassiert Ich habe Leben der Perlen, du hast davor noch einer gefragt Ja, für irgendwas habe ich das mal gebraucht Auf jeden Fall muss ich dann mal schauen, dass ich mir Kabelbäume hole und mein ganzes Zeug wieder repariere Ich hoffe echt, dass ich mein Inventar wieder befinde, irgendwo hier gleich, wenn die Wächter deaktiviert sind Ich muss erstmal diesen scheiß Riesenroboter hier töten Aua, hat mich wieder in Schuss getroffen Oh, ich bin am Ertrinken, scheiße Oh, ist das ein Roboter? Zytophosphat und lebende Perlen Oh, ich bin ein Roboter 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 äh bla 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 warte kann ich gleich die waffentechnologie salz das ist wichtig und teuer und klu er wohl geben einmal unter wasser und findet die ganze sachen immer wichtig die wichtig sind ja gut ich sag mir jetzt nicht dass das spiel mir zu was nicht klarkommt ach ist das ne scheiß mein inventar ist verloren so schlimm keine chance es wieder zu finden keine ahnung es müsste hier müsste eine kiste sein aber die ist nicht mehr da die wurde wahrscheinlich mit meiner anderen kiste überschrieben dann vom raumschiff also ich hatte zwei separate kisten als ich mal gestorben bin so 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 ich finde meine nicht hier leider die war da drin bisschen viel ich glaube mein ganzes kupfer so so es waren viele ressourcen eigentlich drin von mir finde ich das etwas sehr schade dass es nicht mehr da ist ich habe hier ein kampfläufer gehören aber ich kann da irgendwie nichts machen gerade eben damit komischerweise ich war mir sicher dass wir damit irgendwas machen können da ist das richtige aber ich will doch bloß hier aus dem loch raus die mit ARD Text im Auftrag von Funk Das ist halt echt nicht freilich, das ganze Elementar ist weg. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Kobold, dass ich ein bisschen was hier vorankomme. Du bist immer noch in der anderen Galaxie, ne? Ja, ich muss erstmal die Folge beenden. So Leute, peace, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.